Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. In diesem Video geht es mir darum, dir aufzuzeigen, wie wichtig die Qualität deiner Abschlüsse ist. Und damit du auch weißt, wie ich mir das ganz einfach errechnen kann, habe ich heute einfach mal eine bzw. zwei Tabellen vorbereitet, anhand derer du ganz einfach sehen kannst, wie du es dir selber ausrechnen kannst, wie viele Abschlüsse oder wie gut sollte die Abschlussqualität sein, um meine Umsatzziele zu erreichen. So, und um dir das einmal aufzuzeigen, möchte ich gerne mal mit dir auf dieses iPad springen. Sagen wir einfach mal, dein Umsatzziel ist 100.000 Euro. Und natürlich ist es wichtig zu wissen, welchen Durchschnittsumsatz mache ich denn pro Termin. Nehmen wir einfach mal an, es sind 500 Euro. Wie bekommst du diese Zahlen heraus? Frag eventuell einfach bei dir im Controlling nach in deinem Unternehmen oder frage Kollegen oder schau dir an, welche Produkte hast du momentan zur Verfügung, dass du einfach siehst, was ist der Durchschnittsumsatz pro Termin, um eben herauszufinden, wie viele Abschlüsse darfst du machen, um dieses Umsatzziel zu erreichen. Das heißt, wie viele Abschlüsse brauchst du? Das heißt, du brauchst hier 100.000 durch 500, ganz einfach zu rechnen, ist 200. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie gut ist deine Abschlussqualität, also deine Abschlussrate in Prozent. Nehmen wir einfach mal an, du schließt alle vier Termine ab, also beziehungsweise jeden vierten Termin ab, hast du eine Abschlussrate von 25%. So, jetzt können wir ganz einfach ausrechnen, wie viele Termine brauche ich denn, um natürlich auf meine 100.000 Euro Zielumsatz zu kommen. Das heißt, 200 mal 4, ganz einfach, sind 800 Termine, die du brauchst, um eben an dein Umsatzziel zu kommen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, wie viele Arbeitstage stehen dir denn im Jahr zur Verfügung. Natürlich nicht 364, du darfst natürlich auch mal Urlaub machen, du bist vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag krank und natürlich gibt es auch das Wochenende. Deswegen rechnen wir doch mal ganz einfach mit 250 Tagen. Das heißt, wie viele Termine brauchst du pro Tag, um eben diese 800 Termine zu erhalten? Und da ich ja sehr, sehr gut im Kopfrechnen bin, weiß ich, dass das 3,2 Termine sind pro Tag, die du machen darfst, um auf deine 800 zu kommen, um eben wiederum mit deiner Abschlussquote von 25% auf 200 Abschlüsse zu kommen. So, und jetzt ist es wichtig, das ist das, was ich dir gerne aufzeigen möchte, wie wichtig ist denn die Qualität deiner Termine bzw. wie sehr wird die Qualität deiner Termine dein Umsatzziel oder die Erreichbarkeit deines Umsatzzieles erleichtern? Das heißt, es bleibt alles gleich, sagen wir, du bist immer noch bei 100.000 Euro, dein Umsatzdurchschnitt bzw. dein Umsatz je Verkauf ist 500 Euro, sind wir immer noch bei 200 Abschlüssen, die du machen darfst pro Jahr, um eben auf deine 100.000 Euro zu kommen. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass du dich qualitativ verbesserst in deinem Abschluss bei einem Termin und nicht mehr jeden vierten Termin abschließt, sondern jeden dritten Termin abschließt, also auf eine Quote kommst von 33%. Das heißt, wie viele Termine musst du jetzt machen? Da ich auch hier wieder sehr, sehr gut im Kopfrechnen bin, weiß ich, dass wir auf 606 Termine kommen, die du machen darfst bei wiederum 250 Arbeitstagen und damit kommst du auf eine Quote pro Tag an Termin, die eben nicht mehr bei 3,2 ist, sondern 2,42. Das heißt, wenn du dich qualitativ verbesserst, eben nicht mehr nur jeden vierten Termin einen Abschluss schaffst, sondern jeden dritten Termin, brauchst du einfach nicht mehr 3,2, sondern nur 2,4 Termine pro Tag. Und wenn du es schaffst, natürlich diese Quote beizubehalten bei 3,2 oder mehr Termine, wird es für dich wesentlich einfacher werden, an dein Umsatzziel von 100.000 Euro ranzukommen. Und wenn du jetzt natürlich wissen möchtest, wie verbessere ich denn meine Abschlussquoten, dann stehen dir natürlich in meinem YouTube-Kanal auch noch andere Videos zur Verfügung, die du dir sehr gerne anschauen kannst. Und wenn du natürlich auch die eine oder andere Frage hast, die individuell für dich oder für dein Unternehmen interessant ist, schreib auch gerne in die Kommentare hier rein. und dann lass uns doch einfach mal persönlich darüber sprechen. In diesem Sinne danke ich dir natürlich für einen Daumen hoch für dieses Video. Nutze diese Rechnung ganz einfach mal, um dir auszurechnen, wie viele Termine brauche ich, wie gut sollte die Qualität meiner Abschlüsse sein, um auf mein Umsatzziel zu kommen. Und dann heißt es für dich auch am Schluss einfach verkaufen. Punkt. Das war dein Oliver. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis dann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir dein Abo dalässt, du dir auch die anderen Videos auf meinem YouTube-Channel ansiehst und mir, wenn du natürlich möchtest, einen Daumen hoch gibst. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.